Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir hatten ja gerade das hier schön ausgebeutet wieder mal. Gulliver ist nicht mehr hinter uns her. Heribert auch nicht mehr. Und wir haben jede Menge Müll, bzw. wir müssen erstmal schauen, ob unten in den Kisten noch Platz dafür ist. Ob wir noch irgendwas einlagern müssen. Hier zum Beispiel kann noch ein bisschen rein. Wir haben wieder Mangosamen, warum auch immer. Hier Schrott kann noch hier rein. Fehlern haben wir wieder nur sechs. Okay. Ah, wir hätten noch mehr von diesem Glibberzeug machen können, weil wir das hier noch haben. Okay. Habe ich jetzt halt ein bisschen Mist gebaut, aber ist in Ordnung. So, Kokosnüsse, Mangos können wir hier reinpacken. Pilze haben wir wieder ordentlich was. Schade, dass wir die Pilze nicht braten können. Und die Blätter haben wir voll. Dann können wir die Blätter wegschmeißen. Ich wollte schon sagen, es ist jetzt der Schatten von Gulliver gewesen. Ist jetzt doch noch mal wieder hinter mir her. Schnell, den schnappen wir uns. Ah, komm. Ich will die noch haben. Ja, wir haben es geschafft. Nice. So, aber jetzt können wir das wegschmeißen und müssen wieder einlagern. Okay, mit dem Kabel. Interessant, was sie da gemacht haben. So, dann können wir Stein nochmal hier reinpacken. Den hier rein. Das können wir auch gleich wegschmeißen. Und aus denen machen wir mal wieder einen. Ein Stack. 20, 40, 60, 80, 100, 109. Okay, da können wir jetzt ordentlich was bauen. Obwohl so ordentlich ist das dann auch wiederum nicht. Ui, da hat es jetzt ordentlich geruckelt. So, die Frage ist nur, wie wollen wir hier jetzt das machen? Oder wir machen hier schon... Naja, komm, wir machen einen Zaun. Ich will ja schon einen Zaun haben. Von den Dingern. Fangen wir erstmal hier an. So. So. Dann haben wir es hier schon mal. Und dann können wir das schon mal wegschmeißen. Dann brauchen wir noch Nägel, damit wir die Leitern machen können. Ne, hier waren die. Für Nägel. Machen wir ein paar mehr. Ah, nicht für Leitern, für Treppen meine ich. Oder wir machen das so. Oder? Ne, ich glaube vielleicht doch eher so. Komm, drehen. Ah, der, der ist jetzt im Weg. Okay. Und jetzt nochmal. Ich bin mir nicht sicher. Komm, wir machen. So. Dann kommt hier so eine kleine Überdachung. Toll. Und den müssen wir auch nochmal kurz wegmachen. Und dann so. Dann kann hier so was hin. Ja. Sieht schon viel, viel besser aus, finde ich. Und dann machen wir auch hier auch nochmal so was in der Richtung. Dann müssen wir hier nur noch ein Dach hinkriegen. dafür brauchen wir erstmal auch wieder die Teile, wofür wir keine Nägel haben. Haben wir da eigentlich noch Nägel? Hier haben wir keine Nägel. Okay, dann müssen wir halt so machen. damit wir ein paar Nägel mehr kriegen. Achso. Genau. Hier rein. Ach. Komm, da war's. noch mal hier. Perfekt. Das machen wir dann an jedem dieser Teile. So einmal in die Richtung. Ich glaube, hier brauchen wir keinen in dem Raum. Ich glaube, hier brauchen wir keinen in dem Raum. Jetzt brauchen wir aber wieder Schrott für Nägel. Ich hoffe, unten ist ein bisschen was, wo Schrott drin sein könnte. Okay, planken. Also und die Dinger müssen wir auch mal wieder platzieren. Ja komm. Machen wir erstmal so. Und so. Müsste reichen. Da springen wir mal hin. So. Wo ist Boris? Da hinten. Okay, Boris hat uns jetzt noch nicht im Visier. Doch, jetzt hat er uns im Visier. Ah, schnell, 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 schnell. So. Ah, bitte nicht. Boris? Nein. Jetzt wird's gefährlich. Ah. Haben wir geschafft. Noch bevor Boris kommt. Haben wir jetzt Schrott? Wir haben keinen Schrott. Wir haben anderes Zeug. Zum Beispiel Steine wieder. Das können wir wegschmeißen gleich. Scharniere haben wir ohne Ende. Ach, den können wir auch noch einlagern. Und was haben wir hier? Gemüsesuppe. Haben wir Gemüsesuppe schon? Gemüsesuppe haben wir schon. Das heißt, der kann weg. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Einen Nagel. Da kommt wieder eine Insel. Und es ruckelt. Was ist denn das für eine Insel? Ist das eine große Insel oder eine kleine? Das müssen wir auch alles mal nach oben schiffen. Das ist eine kleine Insel. Okay. Das heißt, die werden wahrscheinlich eher nicht markiert. Die Frage, die ich mir stelle, ist, können wir da eine Scheibe reinpacken? So eine Glasscheibe. Boah, aber ich muss auch ehrlich sagen, es gefällt mir, wie ich das hier bisher gebaut habe. Hier brauche ich nur noch diese Stege. Das kriegen wir wohl hin. Und wir brauchen noch ein bisschen Schrott. Und ich habe mich immer noch nicht schlau gemacht, wo wir diese Bugelfische jetzt finden werden. Den haben wir. Den haben wir auch nice. Aber wir haben keinen Schrott bekommen. Ja, dann machen wir hier vielleicht... Machen wir das. Dann können wir vielleicht doch schon mal damit anfangen. Jetzt haben wir nicht genug Flanken. Toll. Das ist auch eine neue kleine Insel, oder? Ne, das ist eine alte. Die kennen wir schon. Ah, okay. Das zählt nicht wirklich als ein Fußweg oder sowas. nicht richtig als Boden. Das ist nur so... Da glippt man durch. Oh, wir müssen was essen und trinken. Sehe ich gerade. Na, jetzt steht das alles hier ein bisschen im Weg. Das hier auf. Aber das kommt eh nach oben. So. Steine. Hier rein. Jetzt haben wir wieder 10. Heilenblätter brauchen wir nicht. Komm. Ne, geh rein. So. Steine. Hier rein. Jetzt haben wir wieder 10. hier rein. Und nochmal Wasser holen. Beziehungsweise hier auch. Aufsammeln. Und jetzt können wir mal wieder pennen gehen. Ist ja schon dunkel geworden. Aber ich finde das super jetzt, dass wir schlafen gehen können. Jetzt wird gleich wieder hell. Früh am Morgen. Stimmt, unseren Dingens hier können wir auch jetzt nach oben holen. Unser Schild. 91 Tage haben wir überlebt. 91 Tage auf hoher See. Okay. Ja, ich tue das nur provisorisch erstmal dahin. Und weg damit. Genauso wie damit. Das müssen wir gleich irgendwo platzieren. Und das dann drauf setzen. Verpacken wir erst einmal hier hin. Und da drauf. Und die Kiste holen wir uns. So, dann haben wir es jetzt. Weg damit. Hier müssen wir auch dann langsam irgendwann Wände bauen. Ne, Seile waren nicht hier. Seile waren hier. Wir brauchen Muni. Obwohl, wir können auch mal schauen. Da kommen wir gleich auf eine Insel zu. Dass wir da vielleicht rüber segeln. Und erstmal jede Menge Schrott wieder sammeln. So, essen. Essen muss ich noch. Ich hatte jetzt gerade ein Stück Kaffee getrunken und habe vercheckt gehabt, dass wir noch was essen müssen. So, was essen wir denn? die Kartoffeln haben. Wir haben jede Menge Kartoffeln. So, Restkartoffeln können wir wieder einladern. Obst haben wir sehr viel. Warum essen wir kein Obst? Ist zu gesund wahrscheinlich. Jo. Da müssten wir gleich auf eine Insel direkt zukommen. Und wir können hier nochmal zwei Bretter hin platzieren. Machen wir erstmal so. Boah, das wird mir gefallen, wenn das hier fertig ist. Das wird super sein. Vor allem hier habe ich auch schon eine Idee, wie wir das machen werden. Dass es hier vielleicht dann so schräg nach oben geht und dann so halbe Wände sind. Aber hier weiß ich noch nicht. Bin ich mir noch nicht sicher, was wir hier dann machen werden. Wir gehen jetzt erstmal nach unten. Schauen, was wir da eingesammelt haben. Immerhin wieder sechs Planken. Das heißt, noch eine können wir oben machen. Trotz haben wir nichts eingelagert. Haben wir Steine? Nö. Räuchten wieder Steine. Aber Schrott ist wichtiger. Jetzt haben wir wieder einen Schrott. Nice. Äh, nur einen. Okay, wenigstens einen haben wir. Insgesamt jetzt dann zwei. Und genau. Hier. Und. So. Dann hätten wir den Bereich nochmal. Nice. Wir brauchen immer noch Schrott. Und wo bleibt die Insel? Wir müssen auch langsam kommen. Oder nicht? Ah, okay. 400 Meter. Komm, die, die beiden holen wir uns jetzt eben gleich. So, komm. Da ist die Insel schon. Okay, ich merke auch, es ruckelt immer, wenn wir an so einer Insel vorbeikommen. So, was können wir wegschmeißen? Das können wir weg. Und das können wir wegschmeißen. Nee, Seile waren hier, ne? Ja. Zwei Seile noch, da haben wir wieder voll. Das mit Scharnieren, das ist ein bisschen viel, was wir haben. Obwohl, ich kann die auch erstmal trotzdem hier einlagern. Dann machen wir die Dinger so. Das machen wir mal hier unten hin. Haben wir jetzt wirklich nur... Ah, 15 Planken haben wir, okay. Können wir da oben nochmal ein paar Böden reinhauen. Okay, bis wir an der Insel ankommen, das dauert noch. Das dauert ewig. Komm, noch ein bisschen. Ich wollte schon fast abbrechen. Aber dann können wir gleich wieder richtig viel Holz holen. Wir müssen aber noch ein bisschen zu lenken. Ne? So. Den holen wir uns auch noch. Mit etwas Glück. Komm schon. Nice. Und den da. Den müssen wir auch erwischen. So, dann können... Hoppla. Das weg und das weg. Und... Ah, wir haben wieder genug Schrott. So. So. Was können wir... Hier nichts. Hier rein, ne? Also erstmal wieder herstellen. Wir hätten einfach direkt hier herstellen können und dann so Seile. Jetzt brauchen wir auch keine Seile mehr. Hallo Boris. Ich glaube, ich sehe da auch keinen Gulliver gerade fliegen. Doch, da ist ein Gulliver. Aber wir sind jetzt nicht hier, um gegen Gulliver zu kämpfen. Wir brauchen nämlich nur das Holz. Und den Schrott. So. Den haben wir. Und den haben wir. ein paar Kartoffeln. Jo, wir haben wieder ein paar Kartoffeln. Nice. Ach komm, wir halten jetzt schon mal an. Ne, hier wollte ich jetzt nicht rein. Hier haben wir auch noch bestimmt einiges. Dann können wir eben die Steine nochmal einlagern. Das können wir nochmal herstellen. Dann haben wir sechs. Hier kann nichts rein. Hier können die rohen Kartoffeln gerne rein. Und die Rübel. Hier kann... Hier braucht nichts rein. So, dann können wir hier... Oh. Ein Fass haben wir übersehen. Dann können wir jetzt nochmal... So ein Ding hier machen. So. Und so. Und hier nochmal. Hier bräuchten wir auch nochmal zwei. Und für da. Das kleine Stück bräuchten wir nochmal ein. Und dann heißt es nur noch oben... den Boden machen. Und dann den Zaun. Und dann hätten wir das hier eigentlich schon. kommen. Komm, wir schnappen uns aber eben... die Fässer. die Insel machen wir in der nächsten Folge. 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 Das ist auch echt ein Ding. Das ist auch ein Ding. Das ist auch ein Ding. jetzt eingesammelt jetzt mehr erhofft da hinten ist er immer noch da hat eine fasst wir nun uns auch noch mal eben so kommen bruder es kann sich einmal ruhen lassen ich sehe schon der wird uns gleich gefressen haben nein bruder es das wird knapp ja schnell 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 okay haben wir noch geschafft okay jetzt eben noch ganz schnell bei trinken und oben aufbauen und daneben schnell als einlager bzw wir können jetzt mal pennen gehen ist ja wieder dunkel und dann können wir hier jedes mal sehen wie viele tage haben wir schon 92 drei in game monate haben wir hier überlebt ordentliche summe so das können wir hier rein von dem pack war auch mal hier rein hatten wir nicht noch ach so das ist ja schon die zweite axt hier haben wir jetzt nicht genug planken und 21 seil kommen lassen wir das mal hier zwei drei vier gerade brauchen wir auch zwei und ein bolzen brauchen wir nehmen wir den doch noch mal mit und dann bauen wir uns gleich auf der insel eine neue axt beziehungsweise in der nächsten folge vielen dank dass ihr mit dabei wart ich bin's euer max deus und tschau aber doch also aber Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020